Das Dach ist gedeckt, noch nicht ganz, aber die Folie ist drauf. Sieht gut aus. Das ist meine Frau, die macht noch ein bisschen was sauber hier. So sieht es aus. Das wird noch richtig schön, das sind jetzt alles grobe Arbeit. Ja, so sieht es aus vom Weiten. Da haben wir schon die Dachschräge für die Hütte. Dann mache ich auch noch ein Video davon, von der Dachschräge, also nicht von der Dachschräge, sondern von der kompletten Hütte, die ich hier bauen will, auf dem Podest, auf dem Beton. Ja, man sieht hier die zwei Schächte, Entlüftungsschächte. Ja, so sieht es aus. Also, viel Spaß und danke, dass ihr reingeschaut habt. Ciao. Ciao. Ciao.